ok ich weiß gar nicht was ich damit jetzt machen soll ich bin dezent überfordert okay wie auch immer extrem playstation 3 hefte für extrem günstige 19 mark 80 interessante werbung auf alle fälle also mein interesse hat spare 55 prozent testet das opm 2 mini aber okay ist im endeffekt noch mal abo werbung ja wie wir es da vorne hatten bloß da hatten wir so eine richtige ordentliche karte und hier sieht tatsächlich dass ich eine seite ausschneiden das hölle warum soll ich sowas machen niemals okay ich glaube die vorschau geschafft wenn ich mich nicht ganz täusche ok na dann opm 2 die spieletests das opm 2 team ein herzliches willkommen vom testteam des offiziellen playstation 2 magazins sechs erfahrene redakteure haben nur einen auftrag euch vor fehlkäufen zu bewahren und die hoffentlich vielen ps2 highlights ausführlich zu präsentieren monat für monat trennen wir die spreu vom weizen damit ihr mit eurer neu investitionen playstation 2 den ultimativen spiel spaß erlebt kritisch kompetent und unbestechlich opm 2 ok die spieletests in dieser ausgabe okay sind einige auf jeden fall da war noch die wertungsskala also diesen wertungsskalen das ist immer so eine sache könnte man auch ein eigenes video darüber machen und darüber diskutieren ich weiß nicht ich finde diese 100% finde ich irgendwie finde ich irgendwie schwierig sagen wir es mal so ich finde auch schon fast so irgendwie so ein skalensystem von 0 bis 10 oder so finde ich auch schon fast schwierig ich weiß auch nicht wobei es noch wesentlich besser ist wahrscheinlich als das gerade mit diesen krummen zahlen also was macht jetzt sagen wir mal ein spiel kriegt 63 prozent das andere 64 also ist für mich dann doch irgendwie das gleiche während man jetzt vielleicht bei einer wert haben skala von fünf von zehn bei fünf und sechs vielleicht noch ein unterschied er erkennt oder für sich rausziehen kann wie auch immer naja also keine ahnung vielleicht reicht auch einfach sowas wie absolut empfohlen weiß ich nicht je nachdem dann also absolut empfohlen dann wenn euch das irgendwie anspricht dann ist es eine empfehlung wenn ich dann finger weg und dann halt nicht empfohlen irgendwie so drei punkte keine ahnung würde vielleicht einiges leichter ich weiß es nicht kein plan aber ich stolpe gerade über sowas hier stolper ich immer und fragt mich immer so ein bisschen wie man auch auf die zahlen kommt aber gut gut wertungssystem ist denke ich selbsterklärend lassen wir einfach mal so stehen okay dann noch die tester christian blendel thomas setlock carsten grauel frank emmerling marcus herberlein und tom schmidt sehen wir was die leute spielen und was ihr lieblingsgenre ist okay aber das lassen wir mal so dahingestellt gut na dann und was geht es los wahrscheinlich wird das oder ganz genau kriegt schon den playstation 2 star da okay wissen wir sind wir schon mal gespoilert das ist wahrscheinlich ein gutes spiel gewesen sein muss namen kurs durchgestylte rennspielserie setzt ihren siegeszug zu okay noch mal namen kurs durchgestylte rennspielserie setzt ihren siegeszug auch auf der playstation 2 fort wie viele rich racer 5 gehen wohl über mit der neuen hardware über den ladentisch am abend färbt sich der himmel in zarten rot tönen und die tiefstehende sonne blendet den spieler sobald er freie sicht auf den horizont hat üdylle pur während eines dramatischen hochgeschwindigkeits renns findet das rennen nacht statt erleuchten zahlreiche straßenlaterne das gesamte szenario diese reflektieren sich bei ein rasant bei der rasanten fahrt auf dem lack der edel karossen je nachdem ob ihr euch unter freien himmel oder in einem tunnel bewegt passt sich der effekt an ich liebe tag nacht wechsel in spielen und auch also bin auch nicht so der rennspiel fan aber wenn ich mein spiel liebe ich es auf alle fälle wenn es einen tag und nacht zyklus gibt hat immer etwas sehr atmosphärisches finde ich jagen die rennboliden über kleine unebenheiten in der fahrbahn spritzen funken unter den tiefer gelegten autos hervor diese verteilen sich anschließend über die gesamte fahrbahn am abend fährt sich das hat man schon genau da sehen wir bonus fahrzeuge würde ich jetzt tatsächlich jetzt mal nicht so genau unter die lupe nehmen mal fliegen okay das hier ist vielleicht interessant also das sind wahrscheinlich richtige autos pacman der namenkur klassiker wagt sich ebenfalls auf den heißen asphalt pacman war bereits in rich racer 4 vertreten und zeigt in rich racer 5 wieder dass er mehr kann als pillen fressen bei gusuta handelt es sich um einen von vier pannen geplagten geistern dies auf den kleinen pacman abgesehen haben neben ihnen jagen noch weitere vier bett lakenträger den kleinen gelben pillenfresser sie können ebenfalls freigespielt werden ach so das sind die geister aus pacman quasi krass über den namen von den geistern nachgedacht aber offensichtlich haben sie nahen okay das ist ganz niedlich kaum ein titel ist mehr für den erfolg der playstation verantwortlich als namenkurse ein spiel rich racer bekannt aus der spielhalle stand dieser titel bereits im japan start der konsole mit in den regalen der händler und sorgte ende 94 für reisenden absatz der damals jungen hardware nach einigen erfolgreichen fortsetzungen ist es zum start der playstation 2 wieder an der zeit dass ein neuer rich racer die leistungsfähigkeit der aktuellen sony konsole beweist heißes boxen luder während des vorspanns werdet ihr vom neuen rich racer modell aifukami freundlich begrüßt schon das intro verspricht viel in echtzeit grafik rasen zwei schnittige sportwagen durch rich city nach dem nerven aufreibenden vorspannen klickt ihr euch durch ein perfekt gestaltetes menü habt ihr euch für eine der drei schwierigkeitsstufen entschieden gebt ihr dem fahrer ein namen und wird das team aus für das ihr antreten wollt jetzt beginnt der eigentlich interessante teil damit ihr ein gefühl für die futuristischen highspeed boliden bekommt könnt ihr vorerst ungehindert von gegner von gegnern und zeit limit einige runden auf den strecken drehen bestzeiten werden im time attack gestoppt heiße asphalt und schnelle boliden highlights unter diesen den spielmodi ist die grand prix variante als neuling steigt ihr in fahrzeuge der standard klasse die sich in beschleunigung höchstgeschwindigkeit und handhabung unterscheiden die sechs verfügbaren renn boliden dieser klasse entstammen der fantasie der namen co designer sie sehen aber realen vorbildern verblüffend ähnlich okay dann werden die wahrscheinlich auch nicht echt sein mit einem test das testa rosa klon porsche verschnitt oder dem kompaktwagen marke honda civic startet ihr das heiße rennen zuerst beginnt ihr im basis grand prix beendet ihr dieses turnier am ende der saison mit dem ersten platz beglückt euch das programm mit einer aufgemotzten version des wagens kotflügel verbreiterung breitere reifen heck spoiler und nicht zuletzt ein stärkerer motor öffnen euch tür und tor zur extra klasse im auserwählten bereich der extra klassenfahrer tretet ihren vier weiteren turnieren an anders als beim basis grand prix sitzt euch hier ein zeit limit im nacken dass das durch das passieren der checkpoints aufgefrischt wird im dritten grand prix befahrt ihr die strecken umgekehrte richtung in der letzten disziplin erwartet euch ein besonderer ein besonderes geschwindigkeitsgefühl ihr schwingt euch in einer in ein hochleistungsgeschoss und brettert mit mehr als 400 stundenkilometern einen oval kurs entlang hier findet das rennen über zehn runden statt bewältigt ihr auch dieses turnier erhaltet ihr als belohnung ein pokal und zusätzlich den hochgezüchteten motor für das hochgeschwindigkeits oval rennen das herausragende rich racer 5 ist die starke arkadelastige fahrphysik ohne zu bremsen driftet ihr mit atemberaubender geschwindigkeit durch die scharfen kurven geht kurz vom gas reißt das steuer herum und beschleunigt wieder anschließend fangen fangt ihr das heck durch gegen lenken wieder ein nach ein paar runden bekommt ihr ein perfektes gefühl dafür wie das fahrzeug reagiert mit diesem manöver driftet ihr an der konkurrenz vorbei und macht wichtige plätze gut fahrspaß pur das komplette tuning programm für besondere für besonders geschickte fahrer bietet rich racer 5 noch weitere geheimnisse durch erfolgreiches bestreiten des compri modus spielt ihr neben drei zusätzlichen musikstücken auch den 99 trail modus frei bereits der name verrät was euch hier erwartet wählt ein fahrzeug aus der garage aus und fahrt ohne unterbrechung 99 anstrengende runden auf der strecke sunny beach die rich racer fans schon vom ersten teil bekannt sein dürften noch mehr bonus fahrzeuge knackt ihr im time attack unterbietet einfach die rundenrekorde bestimmte strecken und redet anschließend gegen futuristische fahrzeuge an spezialisten kennen die beiden schnellen super sportwagen devil und angel bereits aus den ersten beiden rich racer teilen sie waren bereits hier als bonuswagen frei zu spielen erstmals vertreten sind die riesigen die riesigen ami cruiser spectra in 50er jahresstil mit heckflossen sowie der vw käfer verschnitt rumor multiplayer fans dürfen sich im zweispieler modus mit ihren freunden duellieren dabei begleitet das rennen noch vier weitere computer gesteuerte fahrzeuge um das spiel flüssig zu halten wird bei diesem spiel modus der bild aufbau leider durch eine dichte nebelwand kaschiert lustig ist es trotzdem auch wenn wir derartige grafikmängel auf der neuen playstation 2 nicht vermutet hätten hoffentlich gelingt es namen kurz zu für zukünftig einen besseren multiplayer modus zu integrieren unglaubliche grafik pracht auch wenn namen kommen mit seiner ersten ps2 rich racer die power der neuen konsole nicht hundertprozentig nutzt so werden fans der playstation 2 1 vorgänger doch von der grafischen qualität fasziniert sein auf der lackierung der autos spiegelt sich die gesamte umgebung wieder und reflektiert je nach beleuchtung die unterschiedlichsten farben nahezu jedes kleine detail am fahrzeug es auszumachen egal ob auspuffrohre scheibenwischer rückspiegel lüftungsschlitze felgen oder glühende bremsen bremsscheiben jedes objekt an den fahrzeugen lässt die rennautos fast wie echt aussehen durch die transparenten scheiben wird sogar ein blick auf das cockpit gewährt deutlich zu erkennen ist das armaturenbrett die kopfstütze die sitze und bei nachtfahrt seht ihr sogar die ziffernblätter leuchten die strecken grafik glänzt ebenfalls durch manchmal glänzt ebenfalls durch manchmal karge details viele bauwerke wie strand bungalows wohnblocks oder tankstellen zieren die mit laternenbäumen und büschen verzierten straßen auf filigran verzweigten brückenkonstruktionen an denen sogar treppenaufgänge zu sehen sind überqueren züge die straßen reger verkehr fließt auf der gegenspur flugzeuge und hubschrauber zieren den himmel und palmen wiegen sich seicht im wind je nach tageszeit präsentiert sich das rennen heller mittags ohne glühenden abendröte oder bei kaltem licht der nächtlich leuchtenden laternen trotz all dieser detailfülle zeigt die spielmechanik keinerlei schwächen und läuft stets mit einer konstanten bildwiederholrate ankreiden kann man eigentlich nur die geringe vertikale bildauflösung durch dieses manko entsteht an linien und schrägen kanten ein unschöner treppeneffekt zusätzliches flimmern des bildes bei den höchst hoch aufgelösten texturen der bäume des weiteren hatten wir uns noch detaillierter und farbenfrohere texturen gewünscht an dieser stelle ein lobanankos sounddirektor das satte motorengeräusch wird begleitet von angesagten big beat trendigen techno und heftig posierenden drum bass was hervorragend zum rasanten straßen rennen in rich racer passt also diese techno drum und bass beats irgendwie das war irgendwie so ein ding der zeit ich glaube auch auf dieser demo das der soundtrack der im hintergrund läuft fängt auch diese zeit musikalisch ganz gut ein weil ich mich zumindest erinnert zu erinnern ich weiß es auch nicht mehr ganz genau ich glaube es war so meinung was wir tracer 5 auf unser bildschirm zaubert sucht bisher seinesgleichen herrliche grafik spaß optimierte steuerung und bombastische sound sorgen bei namen kurs edel rennspiel für tagelang spiel spaß über einige kleine details müssen wir uns dann auch beschweren karge häuser texturen und eine etwas zu geringe auflösung trüben das ansonsten recht anständige gesamtbild beinahe unzumutbar ist die palkonvertierung große schwarze balken und ein gestauchtes bild zeugen von einer schlechten anpassung auf die europäischen fernseh norm das ist natürlich das ist richtig mies trotz alledem können rich racer fans und high speed junkies blind zugreifen verfechter von gran turismo sollten erst einmal antesten ob ihnen die unrealistische drift fahrphysik spaß macht okay alles zur verfügung stehende fahrzeuge unterscheiden sich in leistung und design ebenfalls wieder mit von der rennpartie das rich racer gebäude auf der ziel geraden die computer gesteuerten fahrzeuge halten sich nicht immer an die ideallinie action satt schön features memory card analog 1-2 spieler deutsche texte grand prix modus freerun neccon unterstützung ach krass weiß nicht wer von euch den neccon controller nach kern das war ein controller der ist für die playstation 1 erschienen und mein cousin hatte den daher kenne ich den damit haben wir haben wir wipe out auf der playstation 1 gespielt das ist der hat in der die achse in der mitte konnte man drehen man hat so gelenkt also quasi schlecht zu erklären aber war und also ich fand diesen neccon controller unglaublich gut und ich verstehe nicht dass der nicht irgendwie noch mal nach also zumindest ist mir keiner bekannt dass der nicht noch mal nachgänger bekommen nachfolger bekommen hat das hat sich so gut angefühlt damit wipe out zu spielen das war unglaublich aber allgemein glaube ich ist der ferien spiele gemacht gewesen krass fast vergessen das ding neccon controller pro gelungene fortsetzung geniales arcade fahrverhalten super hintergrundmusik kontra sehr schlechte palanpassung zu geringer umfang sichtbare grafik sichtbares grafik flimmern trotzdem 85 prozent spielspaß relativ kurzweiliges rennvergnügen mit arcade lastigen fahrverhalten nur die schlechte palanpassung stört auch interessant kontra also das schlechte ist mit grün und das gute ist mit rot gemacht würde ich jetzt einfach farben psychologisch komplett anders werten aber gut wie auch immer so was haben wir hier noch smugglers run ein perfektes racing vergnügen suchterzeugung pur die renner für die playstation 2 ok und midnight club street racing tech tournament das hatten wir auch schon ein paar mal in dem magazin neue konsole neuen techens sonys hoflieferanten namco versorgt die playstation 2 einmal mehr mit feinster prügel kost bereits bei der ersten playstation zwei präsentation september 99 sorgte ein teil für besondere aufregung tech tech tournament kurz ttt mit perfekt gestalteten kämpfern und mehreren animierten figuren auf der kampffläche zeigte diese demo zu was die playstation 2 imstande ist nam kurs vorzeigeprügler war eines der ersten japanischen ps2 spiele und erscheint auch in deutschland pünktlich zum konsolenstart wohlgemerkt in dezent überarbeiteter form ok doch dazu später mehr da bin ich mal gespannt das turnier kann beginnen die story des spiels schnell erzählt nachdem wirtschaftsmogul hayachi mishima durch seinen verstoßenen zonen vom thron gestürzt wurde sind dieser auf rache da er hat sie bereits beim king of iron fist tournament 3 scheiterte sammelt er seine schergen erneut um bei einem großen turnier einen neuen sieger zu küren mit rekordverdächtigen 34 kämpfern finden sich alle figuren der vorhergehenden teile in tech tech tournament wieder das options menü entspricht bis auf kleinigkeiten ebenfalls dem der vorgänger im arkade modus kämpft ihr euch durch acht levels und letztlich einem endgegner gegenüber um letztendlich einem endgegner gegenüber zu stehen mehr spieler fans balgen sich im versus battle mit einem kumpel um den sieg sehr viel langwieriger fällt der team battle aus bis zu acht charaktere schickt ihr nacheinander in den kampf sobald eine spielfigur ohne energie ist wird sie durch den nächsten kämpfer ausgewechselt des weiteren gibt es noch den time attack welcher sich fast genauso spielt wie der arcade modus einziger unterschied die zeit bis zum erreichen des endgegners wird mitgestoppt hier ist kein platz für taktieren beim one on one schließlich tretet ihr wahlweise gegen einen menschlichen oder einen computer gesteuerten gegner an hier ist ebenfalls nach acht runden der endgegner erreicht ihr kämpft alleine gegen die widersache allerdings ohne die tech alternative und die erläutern wir jetzt aufregende lichtrefektion spiegeln sich auf einer abend gleit während sich check 2 gerade über den gemeinsamen sieg des gemischten doppels freut tech team alltag im neuen tecken action war im fluge nach diesem konter wird haurang wohl rückenschmerzen haben gemeinsam stark was steckt eigentlich hinter dieser tag option nun anstatt wie bisher alleine in der arena arena zu steigen nehmt die zukünftig einen weiteren kämpfer mit ins gefecht reagiert aber nicht als du jeweils ein einer eurer beiden muskelprotzer hat pause mit den schultertasten eures controllers dürfte jederzeit zwischen den beiden kämpfern wechseln die ausgewechselte der ausgewechselt erholt sich und seine energie steigt wieder leicht an durch die tag option entsteht eine taktische eine taktische komponente die ihr bisher nur aus wrestling spielen kennt ist der fette ganrio gegen die flinke nina ohne chance dann schickt ihr eben flugs den gelenkigen bruce lieferschnitt law an den ring erneut ist das move repertoire eines jeden kämpfers riesig einfache schläge tritte und würfe führt ihr durch einmalige tasse durch einmaliges tastendrücken aus für schlagkombinationen drückt er mehrere knöpfe schnell hintereinander zusätzlich gibt es noch einen tag move der von beiden charakteren zusammen ausgeführt wird wahrscheinlich während ein kämpfer den gegner festhält wirft sich der andere auf ihn und versetzt ihm einen saftigen schlag zum verteidigen bewegt ihr übrigens das steuerkreuz einfach vom gegner weg beim rückzug wird automatisch die abwehrhaltung der spielfigur aktiviert allerdings blockt ihr in gebückter haltung nur tiefe schläge und umgekehrt nicht alle charaktere lassen sich sofort anwählen erfahrene prügelspieler wissen bescheid sobald ihr im arkade modus den abspann gesehen habt steht ein neuer kämpfe bereit ihr müsst das spiel mit allen verfügbaren figuren beenden um an sämtlichen bonus charaktere zu gelangen hierbei hat jeder charakter seine eigenen abspann die in echtzeit grafik über den bildschirm läuft lediglich anderen hat eine vorbereitete endsequenz welche von hervorragender qualität ist zusätzlich aktivieren erfolgreiche ttt prügler zusatzklamotten sowie weitere spielvarianten wie den gallerie modus oder den witzigen bowling modus siehe kasten der zusätzlichen spiel spaß bietet das kann ich bestätigen den bowling modus den habe ich definitiv auch oft gespielt und das freischalten hat echt Spaß gemacht das war einfach keine ahnung freischalten hat unglaublich motiviert es brauchte keine achievements oder sonst was es hat einfach gereicht zu wissen okay ich kann kämpfer freispielen und am besten fall noch game modi das war schon ziemlich nice mit vier anlauf holt jetzt einen kräftigen wurf aus der die kegel durch das ganze bowling center katapultiert strike namco hat sich für tech and tech tournament wieder ein lustiges bonusspiel einfallen lassen genau wie im arcade modus tretet ihr bei bowling mit zwei charakteren an euer ziel räumt alle kegel mit einem wurf ab damit dies gelingt müsst ihr die position eures kämpfers exakt ausrichten anschließend stellt ihr mittels knopfdruck die kraft des wurfes und den spin der kugel ein mal was anderes als kämpfen im replay von tech and tech tournament kann der letzte schlag in aller ruhe betrachtet werden ein muskulöser rücken kann auch entzücken die lichteffekte auf jins rückseite ist super die kleidung der akteure wirkt sehr realistisch und bewegt sich vollkommen korrekt vollkommen korrekt schließlich hat namco auch einen galerie modus eingebohrt ihr schießt während der pausenfunktion ein standbild und dürft dies auf memory card speichern eure freunde werden staunen leckere augenschmaus grafisch waren schon die playstation vorgänger erstklassig auch auf der playstation 2 wird namco sein anspruch voll aufgerecht bereits beim ersten kameraschwenk staunt ihr über die detail detaillierten gestalteten kämpfer namco ist es gelungen ganze muskelpartien hände füße und kleidung perfekt virtuelle nachzubilden bei denen in spiel grafiken in absperren ist sogar die mimik animiert sämtliche bewegungen sind realitätsgetreu wie man es schon von den vorgängern gewohnt war die großzügig angelegten arenen sind voller details vor einer schule sind beispielsweise einige schüler zu sehen welche sich gerade mit etwas gymnastik die zeit vertreiben in einer alten ruine seht ihr während des kampfes staub die wände herab rieseln dreht sich hier die kameraperspektive blendet euch die sonne mit sehr schönen lens flare effekten lobenswert im gegensatz zur japanischen version stört kein nerviges grafik flimmern zu bemängeln haben wir dass die umgebung nicht ins kampf geschehen mit einbezogen werden kann beim zweikampf scrollt der boden als runde scheibe unter den charakteren hinweg was das erreichen des arena randes unmöglich macht gerade in diesem punkt hätten wir uns etwas mehr einfallsreichtum von namco gewünscht bei anderen next generation prüglern ist es beispielsweise möglich verschiedene objekte wie mauernstühle oder sonstige gegenstände mit in den kampf einzubeziehen dies hätte auch dem neuesten tecken ableger gut gestanden zumindest passt der sound wieder perfekt zum spielgeschehen genau wie bei rich racer 5 begleitet feinste elektronik musik musik eurer aktionsgeladene handlung meinung leider hat namco mit tech in tech tournament das prügelrad nicht neu erfunden zwar ist die spielmechanik nach wie vor gelungen doch wirklich innovatives vermisst ihr schmerzlich da hilft auch kein halbherziger tag mode der für alle charaktere nur einen einzigen move bietet wenigstens hätte namco spügel einen prächtige grafik hält das eine prächtige grafik breit die das spielgeschehen mit einem optisch mit einigen optischen highlights untermalt an der palanpassung haben wir trotz des jetzt behobenen bildflimmer problemes etwas auszusetzen die programmierer haben es versäumt die spielgeschwindigkeit anzupassen so dass eure kämpfer zuträger agieren bereits die geschwindigkeit der ntsc version war nicht besonders berauschend profis werden bei ttt unterfordert prügelspieleinstecker kommen aber garantiert auf ihre kosten wer auf namco beat em ups steht sollte zugreifen interessant also ich meine gutes ntsc spiele in der regel immer schneller liefen ist bekannt sage ich mal wenn man sich etwas mit der materie beschäftigt hat aber dass die jetzt hier trotz der anpassung dann irgendwie noch so träge unterwegs waren krass und ich muss ganz ehrlich sagen also grafisch habe ich es auch wahnsinnig gut empfunden aber der den tag team modus den fand ich tatsächlich auch nicht so gut der also der hätte für meinen geschmack damals auch nicht sein müssen ja gut okay ich denke mal die features lassen wir jetzt einfach mal viele verschiedene spiel modi umfangreiches kämpferfeld bildflimmern wurde eliminiert und contra wenig innovative spiel features läuft langsamer als die japanische version angebot und der an tag moves spärlich ja wie gesagt aber ich glaube dass mit diesen dass es langsamer läuft als die japan version ich glaube das könnte man vielen spielen spielen angreifen aber gut was haben wir hier noch espn international track and field sportspiel ss snowboarding spiel mache ich immer als ausnahme für meine für mein nicht so großes interesse bei sportspielen snowboarding fand ich immer cool 1080 auf 964 gesuchtet es war irgendwie immer ein sehr cooles spielgefühl snowboarden ea sports hat mit dem trendigen snowboarden eine weitere sportart für sich entdeckt mit ss snowboarding erlebt ihr die faszination des aufwirbelnden pulverschnees auf eurer playstation 2 ihr reitet hinein in die nacht ss snowboarding gestattet euch über malerische flutlichtpisten zu brettern dabei bleibt euch wenig zeit für die betrachtung der romantischen berglandschaft übrig so mist tony hawk skateboarding hat es gezeigt trennsport arten begeistern nicht nur im wahren leben auch bei ea's virtuellen brettspaß kommen joypad akrobaten auf ihre kosten ob es auch so ein adapter für den controller gibt oder ob man die nutzen kann von dem surfspiel wahrscheinlich nicht mit heißen tricks und gut gekonnten grabs im mittelpunkt stehen die steht die populärste snowboard disziplin border cross hierbei befahren mehrere brettartisten einen mit hindernissen zugepflasterten kurs durch die ausgewogene mischung aus schnellen passagen und hindernissen werden sowohl alpin als auch freestyler fahrer gleichermaßen gefordert hegtet ihr schon immer den wunsch in eine 50 meter tiefe schlucht zu springen wer nicht dann ist ssx snowboarding genau euer ding denn hier lebt ihr solche träume aus die konkurrenz cool borders 3 das war das mit diesen eher so chibi anmutigen comic figuren mtv sports snowboarding und espn winter games fahrspaß ohne grenzen denn ssx seid ihr nicht an eine geradlinige streckenverlauf gebunden haltet ihr die augen auf findet ihr zahlreiche abkürzungen abgefahrene geheimpassagen ihr nutzt die modi warm up show off oder freeride als trainingsmöglichkeiten um euch mit den gegebenheiten der einzelnen hügel vertraut zu machen vom snowdream bis zum tokyo megaplex haben alle strecken eins gemeinsam ihr fahrt sehr lange bis ihr den zeitraum bis ihr den zielraum zu gesicht bekommt selbst bei einer schlussfahrt schafft ihr es nicht unter vier bis fünf minuten ins ziel zu kommen im meisterschaftsmodus world circuit schnappt ihr euch einen von anfangs vier wählbaren bordern diese unterscheiden sich in den merkmalen geschwindigkeit tricks stabilität und dem sogenannten edging fähigkeit die stahlkante gut in den eisigen untergrund zu bohren mit eurem persönlichen liebling stützt ihr euch dann ins geschehen ergattert ihr am ende dreierläufe jeweils einen platz platz ergattert ihr am ende drei also dreierläufe jeweils einen platz auf dem podest erhaltet ihr zugang zur nächsten von insgesamt acht umfangreichen strecken sowie neuer funktionelle ausrüstung samt modischer klamotten mit harten bandagen stellt euch bloß nicht auf gemächlich gemächlich gemächliches oh gott dieses wort stellt euch bloß nicht auf gemächliches cruisen ein eure rivalen setzen euch nicht zuletzt durch fiese rampler hart zu wehrt euch ein paar faustschläge bei 80 kmh und ihr habt für kurze zeit einen gegner weniger ssx snowboarding ist keine simulation die setzt voll und ganz auf spielspiel spaß optimierung optimierten arcade stil inklusive zahlreicher power ups ihr erhaltet beispielsweise einen geschwindigkeitsschub oder könnt eure körperachse schneller drehen wildere ers habt ihr noch nie in der luft habt ihr noch nie in die luft gezaubert eine leiste am rechten bilderrand deutet an wie oft ihr diesen turbo noch nutzen könnt perfekt abgelieferte tricks wie etwa ein frontflip in verbindung mit einem method oder einem stale fish füllen diese anzeige wieder auf vielleicht mal ganz kurz alles was ihr bis hierhin gesehen habt nehme ich quasi am stück auf und so langsam wird meine zunge etwas schwer merke ich deswegen ich versuche die konzentration zu halten das tut mir leid wenn ich mich gerade etwas mehr verlese das aber man so by the way ich muss mal gucken wie gesagt es ist jetzt die erste ausgabe von diesem format ich muss mal schauen wie ich das in zukunft dann alles irgendwie noch wo ich den feinschliff ansetzen kann und so aber nur dass ihr mal bescheid wisst ok also weiter eure meisterlichen tricks findet finden fiktiven skigebieten statt alle pisten sind riesengroß und wurden mit enormer detailfülle konzipiert im hintergrund ertönt zudem leises vogelgezwitscher tolle gags auf der piste ein ritt durch den looping sorgt für adrenalin pur hohe ers und gute grabs gehören zum a und o eines jeden virtuellen borders in manchen situationen passt ihr aber besser gut auf wo ihr die tricks ansetzt sonst landet ihr im schnee eiskalter hochgenuss wie beim kompletten start lineup lässt EA sports die muskeln der ps2 auch bei ssx massiv spielen die meisten strecken sind total abgefahren ihr befahrt zum beispiel mehrere hundert meter lange glasflächen eure stahlkanten graben sich regelrecht in den untergrund begleitet von einem nervenaufreibenden knirschenden geräusch ein langer grind über einen baumstumpf ist ebenso möglich wie eine fahrt durch ein looping das design der sportler steht in dem in nichts nach flüssige animationen und realistisch dargestellte moves zeigen den snowboard sport so schön wie noch nie zuvor eure rasanten abfahrten werden untermalt von treibenden break beat sounds und hip hop rhythmen unter anderem vom mix master mike beastie boys das ist ja so einen ähnlichen soundtrack gab es glaube ich auch bei 1080 auf 960 aber ich sage ja das ist auch so es ist irgendwie die musik dieser zeit sobald ihr die musik ist sogar interaktiv sobald ihr euch in der luft befindet wird die musik ausgeblendet und setzt erst nach der landung wieder in voller lautstärke ein während des ausfadens ertönt lediglich der flatternde wind gemischt mit begeisterten schreien eurer eures wendigen brett sportlers ein wenig zu gewöhnungsbedürftig ist die steuerung es dauert einige zeit bis ihr das richtige timing findet die griffe mit den spins und special moves zu kombinieren da ist zum beispiel die tony hawk kontrolle deutlich intuitiver ansonsten gibt es aber bis auf den letztendlich zu geringen umfang sehr wenig auszusetzen tolles debüt ea meinung ssx snowboarding hebt den winterlichen trendsport in neue dimensionen durch perfekt gestalten sound und sehenswerte winteroptik wird ein herrliches ambiente geschaffen superweite sprünge haarsträubende tricks und ewig lange pisten mit steilen klippen und vielen abkürzungen lassen keine langeweile aufkommen die etwas gewöhnungsbedürftige steuerung stellt anfängern allerdings vor ein kleines problem leider fehlt ein spannender halfpipe modus trotzdem ist für trick fanatiker ein absolutes muss 82 prozent wagt ein ritt mit ssx denn denn das ist snowboarden vom anderen stern sowohl technisch als auch spielerisch ein highlight pro lebensechte animationen technisch vom feinsten viele mögliche routen kontra fehlender halfpipe modus etwas zu geringer spielumfang zu sensible tricksteuerung fanta vision wahrscheinlich nicht fanta vision fanta vision sonys originelles puzzle spiel geht völlig neue wege als pyrotechniker zündet ihr ein prächtiges feuerwerk im ps2 nachthimmel krass das habe ich ja total vergessen aber ich erinnere mich wieder jetzt wo ich sehe irgendwie genau muss das irgendwie so abschneiden irgendwie war das denn keine ahnung lesen wir es einfach mal irgendwie kommt es mir verdammt bekannt vor auf der grafisch beeindruckenden mondoberfläche kommt ihr in den rausch der lichteffekte eine sanfte frauenstimme sagt dem spieler an wie viele raketen er hintereinander zur explosion gebracht hat an der länge solcher kompos misst sich die letztendliche punktzahl ich glaube das habe ich auch immer als demo gespielt oder so warum kommt mir das so bekannt vor geschicklichkeitsspiele mit einer kräftigen prise denken anstrengungen wie bastel move oder tetris sind weit verbreitet seid ihr von diesen klassikern gelangweilt dann ist sonys fanta vision oder fanta vision für euch eine offenbarung denn bei diesem fantasievollen knobelspiel gilt es nicht verschiedenfarbige kugeln oder baustellen aneinander zu rein vielmehr bringt ihr unterschiedliche feuerwerksraketen in möglichst aufwendigen kombinationsexplosion silvester life leider ist fanta vision nicht ganz so leicht zu durchschauen wie beispielsweise tetris einige einspiel minuten sind notwendig so geht's mittels analog stick lenkt ihr einen kleinen zielkreis über den bildschirm euer ziel ist nun so viel aufsteigende feuerwerksraketen wie möglich anzuvisieren um sie anschließend in einer gigantischen explosion zerbersten zu lassen dabei müsst ihr darauf achten nur gleichfarbige raketen zu markieren zusätzlich gibt es geschosse die mehrere farben blinken sie dienen als joker mit dem ihr unterschiedliche himmelskörper kombiniert damit euer markierkreis sich bewegt benötigt er eine spezielle energieform diese verflüchtigt sich sofort sobald ihr einige raketen verpasst mit spezieller energie symbol mit was mit speziellen energie symbolen regeneriert ihr euch neben den energiespendern erscheinen noch kleine sterne sie sieben den symbolen sind sieben dieser symbole gesammelt wechselt das spiel in den star mine modus hier gilt es schnell einige farbige geschosse einzusammeln noch hektischer ist der zwei spieler modus auf einem vertikal vertikal geteilten bildschirm versucht ihr im kampf mit eurem kumpel als erster eine bestimmte punktzahl zu erreichen um den gegner zu schaden kann mit unterschiedlichen symbolen dessen bildausschnitt gespiegelt oder verkleinert werden das klingt kurzweilig und lustig nicht schlecht fanta vision ist ein gut durchdachtes knobelspiel für jedermann habt ihr erst einmal durchschaut wie ihr die geschosse am besten kombiniert steht dem spielvergnügen nichts mehr im weg eine wilde kommen eine willkommene bereicherung für tüftler die neue spielkonzepte eine chance geben keine ahnung also ich bin der meinung ich habe es irgendwann mal gespielt aber vielleicht verwechse ich es auch mit etwas ähnlichem keine ahnung klingt auf alle Fälle auch ganz interessant pro innovatives spielkonzept netter zwei spieler modus peppiger synthy soundtrack kontra keine herausforderung für profis auf dauer zu wenig abwechslung nutzt die ps2 kaum aus durchdachtes knobelspiel mit innovation und wer will nicht möglichst spektakuläre feuerwerke abbrennen spielspaß 72 prozent der rechten seite haben mad cats werbung ich weiß gar nicht gibt es mad cats noch das ist glaube ich irgendwie so ein sogar lizenziert oder es sind bestimmt waren die lizenziert keine ahnung die haben jedenfalls wie ihr seht zubehör für konsolen hergestellt kontroll ich mochte die immer nie weil ich fand die sahen immer scheiße aus guckt euch das doch mal an war nie meins aber gut waren auf alle fälle glaube ich günstiger und hatten teilweise auch manchmal wie so ein paar zusatzfunktionen wie ein turbo button oder irgendwelchen sachen keine ahnung naja meins war es nie ich war mal ihr auf originaler peripherie unterwegs nhl 2001 playstation 2 star der schnellste mannschaftssport der welt verdient endlich seinen namen auf der playstation 2 gleiten die kufen flitzer super flott übers eis dieser gesichtsausdruck wahnsinn meinungsverschiedenheiten über die korrekte regelauslegung werden von den sportsmännern auf die klassische weise ausgetragen wer die härtesten argumente bringt entscheidet die diskussion für sich sehr gut ich habe ich habe irgendwie das war glaube ich auch auf 964 wayne kretzky ist 3d hockey oder so hieß das glaube ich da konnte man sich auch prügeln das war eigentlich immer ganz lustig alleine im abwehr bollwerk wenn ihr zu puck verliebt seid rennt ihr euch vor dem tor fest schnelle pass kombinationen sind erfolgsversprechend da sie den torwart verwirren die beiden verteidiger stehen gut während der center spieler die scheibe zum konter aufnimmt die wiederholungen zeigen euch das geschehen aus verschiedenen blickwinkeln neben der spielsituation sind vor allem die puck und tor kameras interessant winterzeit ist ps2 eishockey zeit pünktlich zur kalten jahreszeit versorgt uns ea seit jahren mit den neuesten updates seiner eishockey serie dennoch ist dieses mal alles anders denn auf der playstation 2 zeigen die sportprofis endlich was sie wirklich können präsentation spielfluss und geschwindigkeit bei nhl 2001 ist alles vom feinsten solide stocktechnik gewöhnt souverän präsentiert sich das drumherum dank offizieller lizenzen stehen euch neben allen nhl teams und den auster team der east und west conference auch zahlreiche nationalmannschaften zur auswahl selbstverständlich mit den aktuellen spielern und die sehen nun endlich richtig gut aus in den zahlreichen wiederholungen spannende torszenen sind gesichtszüge sowie trikots und ausrüstung wird so lebensecht wie nie polygon blitzer sind selten und die bewegungen wirken wie aus einer fernsehen übertragung immer noch gut sind die animation der spieler allerdings fällt hier doch des öfteren auf dass ihr sports tricks wenn ihr beispielsweise mit eurem links aus neben dem tor kreise zieht und dann unvermittelbar zum schuss ansetzt überspringt nhl 2000 einige animationsphasen dadurch wirken die bewegungen manchmal abgehakt das gleiche problem hatten die per motion capturing verfahren gescannten spieler auch auf der playstation 1 darauf der playstation 2 fällt es dank der ansonsten butterweichen animation stärker auf spielerisch ist die action auf dem eis ohnehin über jeden zweifel erhaben ihr entscheidet euch zwischen den simulations und dem action reichen arcade modus startet ein schnelles spiel oder eine saison beziehungsweise playoffs und legt los die steuerung ist ebenso simpel wie effektiv ohne puck setzt ihr mit dem knöpfen zu drei verschiedenen checks an der poke check ist der einfach ist die einfachste variante ihr habt euch mit dem schlägen schläger beim vordermann ein und luxt ihn so die scheibe ab die beiden anderen sind body checks in verschiedenen stärken im punkt besitzt ihnen dieselben knöpfe zum passen und schießen außerdem setzt ihr auf knopfdruck zum sprinten an oder zum oder um spielt euren gegenüber mit einem trick profis nutzen die erweiterten möglichkeiten wer einen pass gibt und dann sofort auf den schussknopf drückt leitet einen sogenannten one timer ein die der passempfänger stoppt die scheibe nicht erst einen zieht direkt ab bleibt ihr hingegen auf dem passknopf wird auf dem einfachen pass wird aus dem einfachen pass ein doppelpass das ist ideal um die souveränen goalies in die falschen torecke zu locken torke zu locken und einzelnen netzen allerdings ist das auch sehr schwer zu beherrschen dazu ist gute spielübersicht erforderlich gelungene spielzüge dank der intelligenten mitspieler läuft der spielablauf sehr flüssig eure sturmpartner eure sturmpartner nehmen ihre position erstaunlich souverän ein und sind meistens anspielbereit beziehungsweise stehen schussbereit vor dem tor allerdings sollte die auch sollte die auch nicht überfordern solltet ihr sie auch nicht überfordern wer sich allerdings durch die gegnerische abwehr tankt und im angriffstritte wilde kreise zieht der rammt schon mal den eigenen mann doch diese mängel doch dieser mangel ist verzeihlich und auch von keinem anderen eishockey spiel bisher gelöst nett ist auch die anzeige der beiden spezialfähigkeiten neben den spieler im puckbesitz erscheinen gegebenenfalls zwei symbole für schussstärke und stocktechnik wer diese angaben sinnvoll einsetzt das heißt mit schussstarken spielern aufs tor donnert der hat auch in höheren schwierigkeiten reelle chancen ebenfalls nett ist die anzeige für den jeweiligen spielvorteil harte checks wichtige tore und ähnlich gelungene aktionen kippen den spielverlauf zu euren gunsten und eure aktionen haben eine höhere erfolgschancen mit nhl 2001 für ps2 untermauert ihr eindrucksvoll seine vor machtstellung bei sportspielen klasse und die meinung bereits fieber 2001 zeigt dass ihr sports die playstation 2 im griff hat nhl 2001 legt noch eins drauf vor allem das stadion sieht dank üppiger ausstattung mit anzeigetafeln bannern und zuschauertexturen beeindruckend aus doch auch die spieler haben im vergleich zum fußball noch eine ecke zugelegt stören störend wirken nur zwei dinge zum einen überspringt nhl 2000 öfters einzelne animationsphasen der spieler zum anderen ist das ganze spiel von gelegentlichen rucklern geplagt nicht ganz perfekt dennoch 88 prozent fazit das beste eishockey endlich mit zeitgemäßer grafik da greifen nicht nur fans zu gelegentliche ruckler stören den eindruck pro atemberaubende präsentation hervorragende spielbarkeit intelligente computerspieler kontra gelegentliche ruckler stören unübersichtlicher saison modus verworrene menüstruktur weiter geht's mit espn international track and field haben wir vor meine werbung auf der seite glaube ich ein weiteres sportspiel ist es großartiger ich habe es eingangs erwähnt ich bin jetzt nicht so der sportspiel fan irgendwie gibt es verdammt viele sportspiele zum release der playstation 2 na gut okay aber dann ist es halt so ist in ordnung auf die plätze fertig los konami bringt alle joypad athleten ordentlich auf trab wer ein geselliges multiplayer spektakel für zwischendurch sucht sollte los spurten kopf an kopf beim freistee schwimmen schwimmen liegen die sportler bis zum ende gleich auf dadurch könnt ihr euch kaum einen fehler erlauben und müsst eine minute lang nonstop konzentriert in die tasten hauen ach krass es gibt irgendwie so ein ganz ganz altes sportspiel wie hieß das denn track und das hieß das nicht sogar track und field nur kann gut sein naja da muss man den fall einfach nur irgendwie joysticks hinterher reißen und solche geschichten also in etwa button mashing okay ist das prinzip quasi aufgegriffen kennt man ja auch aus anderen spielen um weiter zu gewinnen schleudert ihr den sperren 45 grad winkel wer sich zu sehr auf das beschleunigen konzentriert tritt über beim 100 meter lauf hämmert ihr nur möglichst schnell in die taste in die tasten der hürden lauf verlangt schnelligkeit und timing bei der rhythmischen sportgymnastik drückt ihr die tastenkombination im takt der musik die drei verschiedenen songs ergeben die drei schwierige schwierigkeitsgrade kombination erhöhen die punkte die animation der sportler sind dank motion capturing verfahren extrem realistisch allerdings ist alles vorberechnet jeder sprung wirkt gleich naja holt die feuerzeuge aus den taschen es geht wieder los konami bringt mit espn international track and field die leichtathletik jetzt auch auf die playstation 2 das spielprinzip ist einfach und hat sich seit dem ersten teil vor jahren auf der playstation 1 nicht geändert ihr tretet in unterschiedlichen disziplinen gegen computergegner oder auch freunde an die steuerung ist für jeden wettbewerb eine andere im 100 meter sprint beispielsweise hämmert ihr nur möglichst schnell abwechselnd auf zwei tasten eures controllers je schneller ihr drückt desto schneller sprintet der sportler dauer dieser dieser explosiven übungen ist in der regel unter zehn sekunden da bleibt kein kein spielraum für ausrutscher gemütlicher ist die rhythmische sportgymnastik in gestalt einer reizenden turnerin tretet ihr zu drei verschiedenen musikstücken an die unterschiedlichen lieder bestimmen den schwierigkeitsgrad und damit eure wertung ihr drückt eine abfolge von tastenkombinationen im rhythmus der musik die meisten anderen disziplinen liegen zwischen diesen beiden extremen beim gewicht heben beispielsweise müsst ihr möglichst schnell drücken um die hand hinzustemmen dürft aber auch euer timing nicht außer acht lassen wenn ihr das gewicht vor der brust habt reißt ihr es durch einen gut gezielten tastendruck nach oben eine auf und abfahrende weiße linie muss genau zentriert werden ähnlich verhält sich es sich mit beim starb hochsprung der anlauf ist wird es knopfdruck durch geschicktes timing schlängelt ihr euch über die querstange außerhalb des üblichen rahmens liegt das ton taubenschießen ihr steuert mit dem analog stick euer fadenkreuz über den bildschirm und löst per knopfdruck eine salve von zielen aus ihr müsst sie möglichst alle mit einem magazin von sechs schuss erwischen bei schwierigen flugbahnen eine harte nuss leider hängt das ton taubenschießen den anderen wettbewerben in spielspaß hinterher zum glück ist dieses der einzige ausrutscher krass derweil würde man jetzt irgendwie annehmen dass gerade das irgendwie doch eine spaßige disziplin sein könnte naja optisch nur mittelfeld grafisch erfüllt espn international track & field das minimal ziel die vorgerenderten und per motion capture verfahren lebensechten bewegten figuren sehen klasse aus aber sie bleiben eben doch vorgerendert egal was ihr macht die bewegungsabläufe sind immer dieselben abseits der bahn zeigen sich dann schnell die grenzen abgesehen von ein paar schiedsrichtern und einen schiedsrichtern und einigen verstreuten personen herrscht generelle lehre im weiten stadion rund und die zuschauer erweisen sich in der nahaufnahme als verpixelte haufen texturen minimal animation okay das kennt man die stärken von espn international track & field offenbaren erst sich im mehrspieler einsatz während die rekordjagd für solospieler nur ein besseres eine bessere trainingsübung ist glühen zu zweit dritt oder viert die controller denn nur hier werden joypad profis bis aufs äußerste gefordert besonders lobenswert ist dass konami extra für europa einen speziellen turniermodus eingebaut hat während japanische leichtathleten die disziplin nur einzeln auswählen dürfen bekommen wir ein echtes turnier zur wahl gestellt auch komisch oder warum es werden dann alle zehn wettbewerbe der reihe nach gestartet der sieger bestimmt sich aus der summe aller rechten punkte dadurch wechselt die spitzenposition ständig da jeder seine schwachstelle hat in der er einbricht der wettbewerb bleibt bis zum ende spannend die müssen es ja wissen unter dem strich bleibt es bleibt für espn international track and field für playstation 2 eine einfache erkenntnis viel zu viel blieb beim alten und viel zu wenig wurde letztendlich über sinnvolle ergänzungen und erweiterungen nachgedacht die grafik wurde zwar im rahmen der größeren hardware leistung verbessert das spiel an sich blieb jedoch leider unverändert deshalb überlegen es sich fans des playstation 1 originals besser zweimal ob sie zugreifen detaillierte polygon athleten hin oder her wirklich neu und revolutionär revolutionär ist nichts die disziplinen sind spaßig gut ausgewählt und machen zusammen mit freunden auch ein wochenende lang spaß spätestens dann ist aber schluss wo bleiben die sinnvollen spielmodi beispielsweise möchten wir endlich eigene wettbewerbs kombinationen erstellen oder einen amateursportler in den profi status begleiten all das fehlt leider immer noch und im dritten aufruf ist das dann doch etwas wenig das geht besser konami und trotzdem 76 prozent finde ich krass hätte ich jetzt nicht also würde man es jetzt nicht sehen ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet das ließ sich definitiv nicht wie über 70 ehrlich gesagt für meinen geschmack aber gut 76 bis jetzt ich glaube es ist aktuell die geringste wertung die wir in dem magazin gesehen haben oder bin mir nicht ganz sicher pro ausgewogene disziplin fordernd aber immer fair detaillierte athletendarstellung kontra geschwindigkeitsgefühl fehlt einzelspieler modus mäßig kaum tiefe und abwechslung na dann mal gucken ob das nächste sportspiel schon am start steht werbung was das tecken tecken teck tournament würde ich mal behaupten was haben wir da die mutter aller kampf spiele öffnet wieder reporten im größten fight club aller zeiten treffen sich die tapfersten der tapferen zum kampf alte und neue gesichter werden die begegnen und im tag team modus kannst du ab jetzt mit zwei deiner lieblingscharaktere gleichzeitig fighten trau dich rein aber passt gut auf dich auf schön einfach mal zwei seiten für tecken teck tournament warum nicht weiter geht's mit fifa 2001 kein ps2 start die wurde sehnlicher erwartet als das brandaktuelle brandneue fifa war die vorfreude berechtigt opm 2 hat die antwort wir sehen es ja im endeffekt schon am playstation 2 star an der menüführung gibt es dieses mal wenig auszusetzen links seht ihr den spieler editor das mittlere bild zeigt die grafikoptionen grafikoptionen für playstation interessant einsteigerfreundlich die ladepausen jeder ladescreen erläutert zur erinnerung einen teil der steuerung rechtes bild in der wiederholung seht ihr das genau getimte realistisch animierte tracking des ruwe verteidigers der schiri hat gute augen und korrekt entschieden eckball für rom anstatt des erhofften elfmeters fifa ist die erfolgreichste sportspiele serie der welt kein wunder dass ihr sport sein vorzeigeprodukt schon zum start der playstation 2 in den händler regalen sehen will bereits ende mai erscheint fifa soccer world championship in japan und landete sofort auf platz eins der verkaufscharts die vergangenen sechs monate lang lag das kanadische entwickler team aber nicht etwa faul auf der haut sondern schraubte mit optischen spielerischen verbesserungen das niveau noch einmal ist in einen tick höher so engagierte ihr export zum beispiel stars wie lotha matthäus edgar david sowie terry henry für bewegungsaufnahmen und überarbeitete zudem die spielmechanik um die vereinzelten ruckler der japanischen version wurde komplett ausgemerzt doch wir wollen nicht zu viel vorweg nehmen seid ihr befreit für den ultimativen anstoß na gut okay von mir aus bvb gegen bar bar rein ich habe ich habe ich bin fußballmäßig draußen ok sorry es tut mir leid so authentisch war konsolenfußball noch nie die formation von 55 nationalmannschaften und über 300 vereinst teams aus 17 liegen befinden sich auf der fieber 2001 cd deutsche fußball fans haben wie gewohnt keinen grund zur klage die komplette bundesliga sowie völlers dfb elf sind dabei die teamdaten sind auf dem stand der aktuellsten saison der deutschen nationalmannschaft spielen aber noch die em versager angeführt von lotha matthäus auch viele bekannte stadien aus aller welt hat ihr esports naturgetreu modelliert kriegt ihr fürs dortmunder westfalen stadion nie eine karte kein problem erlebt in fieber 2001 die geniale bvb atmosphäre vom besten platz aus auf dem grün rasen elf meter für bayern kein pfeil kein cursor einfach schießen wie im laufenden spiel ran an die bundesliga langfristig am meisten motiviert der saison modus in den 34 spieltagen kämpft ihr nicht nur um die meisterschaft sondern auch gegen den abstieg erstmals ist nämlich nicht bereits nach einer saison schluss erreicht ihr platz eins bis vier spielte in der nächsten saison in der champions league bzw champions league qualifikation verpasst ihr dieses ziel knapp tröstet euch die teilnahme am uefa cup im dfb pokal spielt ihr als bundesliga team sowieso mit danach jeder saison drei teams auf und absteigen hat die a sport sogar einige einige zweitliga teams eingebaut aus deutschland zum beispiel mönchengladbach msv duisburg und amina binefeld einige trans einen transfermarkt gibt es im saison modus übrigens auch strapaziert euer budget nicht zu sehr falls euch die verletzungswelle erfasst die weiteren modi sind standard ihr macht einen kurzen freundschaft ein kurzes freundschaftsmatch zwischendurch zwischendurch oder wir zwischen verschiedenen pokalen saisonvarianten eine komplette weltmeisterschaft dürft ihr ebenso bestreiten wie die erwähnte inoffizielle champions league habt ihr ausgefallene turnierwünsche bastelt ihr euch einen individuellen wettbewerb volle körperbeherrschung beherrschung die steuerung lässt einmal mehr kaum ein kabinettsstückchen vermissen lupfe über den eigenen kopfausfall schritt schnelle 180 grad drehung auch nach wochen habt ihr noch möglichkeiten euer spiel zu perfektionieren allerdings solltet ihr euch aber mit dem wesentlichen beschäftigen passen sprinten flanken schießen ein zuspiel in den lauf des mitspielers ist ebenfalls effektiv hilfreich wie von der playstation vor wie von den playstation vorgängern gewohnt zeigt ein farbiger richtungsfall an wo euer passempfänger steht und wie wahrscheinlich es ist dass der pass auch ankommt das gibt es in den neuen nicht mehr das gab es wahrscheinlich schon lange nicht mehr in der verteidigung versucht ihr den gegner zu stellen hofft beim sanften rempler auf die gnade des shiris und bei der grätsche auf das richtige timing trefft ihr des gegners beine gibt es nämlich gelb euren ansonsten selbstständig agierenden tonhüter holt ihr auf kommando aus dem kasten und zum beispiel heranstürmende angriffe zu überraschen oder einen befreiungsschlag des gegners gleich wieder in die andere richtung zu befördern das erfreulich übersichtliche team management lässt zwar iss feinheiten wie manndeckung vermissen bietet aber alle wesentlichen strategie anweisungen für hobbytrainer durch ingame management ändert ihre taktik auch während des laufenden matches der spielablauf ist weit weniger realistisch als bei international superstar soccer viele einzelaktionen viele viel gekrätsche viel kabinetts stückchen actionreich eben hohe bälle kommen wie von geisterhand gesteuert an was die flugbahn etwas lächerlich erscheinen lässt auch torschüsse in den winkel sind viel einfacher als bei iss emotionen pur grafisch stellt fieber 2001 den konkurrenten international superstar soccer deutlich in den schatten während bei konamis fußball zum beispiel alle spieler einen japanischen touch haben sind fieber kicker ihren realen vorbildern fast aus dem gesicht geschnitten bild flimmern wird dank des ea sports typischen flimmer filters nahezu komplett vermieden die hohe auflösung sorgt für ein gestochen scharfes bild die stadien wurden wirklich beeindruckend realitätsgetreu auf die playstation übertragen friseur team logo sponsor banner bei fieber 2001 stimmt einfach jedes grafische detail getümmel im strafraum oliver bierhoff bringt den ball einfach nicht im tor unter viele animationen sind für fieber fans völlig neu schießt ihr zum beispiel einem spieler ins gesicht fährt dieser wie vom blitz getroffen zu boden der torhüter lässt einen scharf geschossenen ball nach vorne prallen hechtet dann aber noch mal nach und erst der tor jubel emotionen pur in einer szenen stößt euch ein enthusiastischer teamkollege freuden trunken zu boden plötzlich schaltet der virtuelle bild regisseur in die ego perspektive des auf dem rasen liegenden tor schützen und ihr erlebt hautnah wie sich die laut schreienden mitspieler auf euch stürzen und wenn ihr noch und wenn ihr dann noch den lautstark wetternden ollie kahn nach einem gegentor lebt wisst ihr fieber 2001 ist das mit abstand atmosphärischste videospiel fußball das jemals programmiert wurde body rock und kommentare zum grandiosen tv feeling trägt euch das erstklassige kommentatoren duo poschmann dalmann bei die beiden fieber erfahrenen sprecher kennen nicht nur alle kicker beim namen sondern spielen sich genüsslich verbale doppelpässe zu die fast immer zur jeweiligen situation passen die zuschauerkulisse unterscheidet heim und auswärtsmannschaften und steht der herausragenden qualität des kommentars kaum nach weniger ohrwurmcharakter ist bei den vorgängern hat dieses mal die unauffällige musikuntermalung in den menüs auch mobis body rock remix im intro will uns nicht so ganz überzeugen aber das ist sicher auch geschmackssache fieber 2001 ist zwar nicht perfekt die grandiose optik gleich gleich spielerische menge aber locker aus wir vergeben einen verdienten opm 2 star unglaubliche grafik die sports zeigt der konkurrenz eindrucksvoll was man schon in der ersten spiele generation aus der playstation 2 heraus kitzeln kann kein flimmern gestochen scharfes bild und eine detailgetreue grafik zum verlieben auch die soundkulisse mit ultra realistischen fanverhalten und genialen poschi kommentar kommentar begeistert fieber 2001 begeistert fieber 2001 ist ein fest für die sinne doch wo viel licht ist finden kritische tester augen immer auch etwas schatten so ist der spielablauf fieber typisch weit vom richtigen fußball entfernt ball physik und bewegung sind noch immer nicht hundertprozentig realistisch und am einfachsten kommt ihr wieder mal durch ein ziel durch einzelaktionen zum erfolg los sprinten schießen tor das langweilt auf dauer spielerisch hat international superstar soccer mehr zu bieten denn das konami werk ist realistischer und tor erfolge sind einfach befriedigender doch insgesamt macht fieber 2001 durch den genial durch die geniale atmosphäre die professionelle präsentation die kabinetts kabinetts stückreiche steuerung sowie das riesige angebot jetzt das dritte mal dass ich das wort fällt das macht mich wahnsinnig kabinetts stückreiche steuerung sowie das riesige angebot an nationalen und vereinsmannschaften einen tick mehr spaß fußball fans sollte sollten beide konkurrenten problemlos spielen 85 prozent fieber sehen und sterben atemberaubendes authentisches action fußball mit leicht spielerischen mengen ok pro hervorragende grafik vielseitige steuerung grandiose tv atmosphäre kontra unrealistischer spielablauf schüsse etwas ferngesteuert keine perfekte ball physik rechts im erwerbung von silent scope offenbar ein sniper spiel würde ich jetzt einfach mal schätzen ich weiß nicht was hier geht es sieht jedenfalls interessant aus na dann schauen wir mal mit welchen sportspiels weitergeht unglaublich ok moto gp alles klar dann also langsam ist wird auch dann alles durch haben oder namco ich lese auch nur namco ea und fifa namco und konami oder ständig krass echt krass ok aber was soll es namco setzt zum ps2 start auf mächtige motoren denn nach rich racer starten mutige fahrer in eine grafisch herausragende motorrad simulation aus der spielhalle ebenfalls auch den playstation 2 star bekommen ein highlight der moto gp sind die sehenswerten stürze unachtsamen rasa erwarten keine vorgefertigten animationen sondern eine realistische simulation von fahrer und motorrad im technisch einwandfreien zwei spieler modus haben die computer gegner leider pause seltsam obwohl die entwickler fünf perspektiven von hinten ego blick zur seite und so weiter eingebaut haben könnt ihr während des rennens nur unter zwei wählen die im options menü einstellt und die anderen gibt es dann im replay modus oder was na schauen wir mal auch bei beim ps2 start lässt sich namco nicht lumpen und schickt gleich zwei heiße renner auf die piste während es sich bei rich racer 5 um ein ps2 exklusive entwicklung handelt eine automatenversion wird nachgeschoben hat moto gp seinen ursprung in der spielhalle doch mit der kurzfristig motivierenden daddelmaschine hat die heimversion nur noch das kernspiel gemeinsam das drumherum dagegen wurde kräftig aufgebohrt zum glück motivation pur entwickler packen bekanntlich immer mehr spielmodi in ihre produkte doch die meisten rührt der käufer nie an es fehlt an der nötigen motivation namco nimmt sich bei moto gp ein beispiel an gängigen prügelspielen und belohnt den käufer dafür dass er jeden spielmodus einmal ausprobiert ihr spielt zusatzstrecken geheime rennfahrer und jede menge fotos frei schön das dabei sein wird belohnt das heiße material kriegt ihr freilich nur im arcade modus beim zeitrennen oder in der motorrad wm in den vorderen rängen platziert bei moto gp ist alles echt die 500 kubik zentimeter maschine kommen unter anderem aus den werkzeilen von honda yamaha und asprilja asprilja wahrscheinlich auf den lederkombis der fahrer stehen illustrierte namen wie duhen harada und koschinski auch bekannte motorrad strecken wie suzuka power ricard oder domington wurden stein für stein auf die ps2 übertragen okay also wie gesagt ist es nicht mein ich bin in diesem bereich nicht unterwegs auf der piste am anfang des renn wochenendes macht ihr euch im freien training mit der strecke vertraut einen tag später geht es schon um die startplätze an der maschine schrauben nicht nur technik freaks herum denn das balken tuning ist einfach zu durchschauen und bringt viel wie ihr beschleunigung übersetzung handling und bremskraft einstellt macht ihr von eurem fahrstil und der charakteristik der strecke abhängig ein blick auf die telemetrie daten zeigt ob euch euer training setup auf den kurvenreichen oder auf den schnellen abschnitten nach vorne gebracht hat auf der piste ist häufiges bremsen angesagt in ausflüge ins gras und sand kosten viel geschwindigkeit wer die strecke noch nicht auswendig kennt sollte immer die pistenübersicht in der mitte des bildes in auge behalten nach kurzer eingewöhnungsphase lenkt ihr eure maschine elegant durch die kurven und schießt auf der geraden an den gegner vorbei diese sind ein kleiner schwachpunkt in manges fehlern und individueller fahrweise wirken die computer fahrer weniger realistisch eine herausforderung selbst für profis stadt der simulationssteuerung da hier bricht eure maschine sofort aus wenn ihr zum beispiel in der kurve schräglasige kurve schräglage vollgas gibt und während ihr in der arcade variante selbst nach schlimmsten stürzen aufsteht als wäre nichts geschehen so bedeutet ein crash in die bande im simulationsmotor sofort das aus übrigens wenn mir wenn ihr einmal gesehen habt wie realistischen moto gp stürze dargestellt werden wollte immer wieder nicht mal fahren okay warum nicht wiederholung wie im fernsehen erreicht ihr nach einer vorher festgelegten anzahl von runden das ziel ihr dürft auch ein komplettes wm rennen wie in der realität bestreiten dann lehnt ihr euch zurück und genießt die renn action noch einmal in der wiederholung und das lohnt sich denn noch nie zuvor wurde ein replay in einem rennspiel tv gerechter inszeniert das fängt mit hitzeflimmern bei der startpräsentation an setzt sich mit einer wackelnden hubschrauber kamera fort und gipfelt in schlampigen zooms wie man sie eben nur aus der übertragung im motorrad wm bei euro sport kennt in einer bestimmten einstellung befindet sich die virtuelle kamera sogar wenige zentimeter über den asphalt genial ein fest für motorrad fans moto gp holt viel aus europäer ps2 heraus die grafik bleibt selbst bei mehreren gleichzeitig dargestellt motorrädern immer super flüssig und die fernsicht ist ausgezeichnet gar zum verlieben sehen die motorräder aus sogar die federung wird realistisch dargestellt streckendetails wie das riesenrad in suzuka vermitteln zudem viel vor ort atmosphäre verstärkt dank der tollen geräuschkulisse mit gas hupen im motodrom der melodie arme hintergrund der melodie arme hintergrund techno gefällt uns dagegen weniger gut der optische eindruck wird leider durch das bild flimmern und die fehlenden kantenglättungen gestört dieses ps2 typische problem haben bisher nur wenige entwickler wie zum beispiel zufriedenstellend gelöst krasses mit den kanten flimmern wurde jetzt wirklich schon mehrfach bild flimmern wurde ja schon jetzt wirklich mehrfach angesprochen es ist mir so nie aufgefallen damals aber würde man heute wahrscheinlich irgendwie auch unternehmen mit einem anderen auge sehen könnte ich mir vorstellen meinung namenko schafft es fast perfekten spagat zwischen akkurater motorrad simulation und spaß optimierte raserei klar brauchen rich racer fanatiker mit steifem gas fuß zeit um sich an das häufige bremsen auf den kurven reichen strecken zu gewöhnen doch schnell packt euch der wunsch in jeder kurve die perfekte fahrweise auszuloten zumal die vielen freizuspielenden strecken und fahrer zusätzlich motivieren technisch gibt es bis auf das bild für man nix zu kritisiere zu kritik zu kritik authentische motorräder und vor die faszinierende tv wiederholungen sind gar ein wahrer augenschmaus moto gb gp sei jedem rennspieler ohne bremsallergie wärmstens empfohlen 86 prozent fazit authentische motorrad simulation aus der spielhalle sehenswert motivierend und mit genialen wiederholungen im tv-stil pro echte bikes fahrer und strecken detailreiche flotte grafik replays wie im fernsehen kontra nichts für rich racer fans gegner verhalten roboter mäßig teils nerviges bild flimmern das war episode 3 der ersten ausgabe meines neuen formats redraw in dieser episode haben wir uns diverse tests reingezogen damit geht es in der nächsten episode auch weiter kleiner spoiler alarm es bleibt sportlich wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne ein like da das freut nicht nur mich sondern auch den youtube algorithmus ansonsten findet ihr wie gehabt in der video beschreibung das inhaltsverzeichnis zu dieser episode außerdem alle relevanten links zu social media profilen von mir support möglichkeiten und einen link zu meinem discord server sowie twitch profil auf twitch stream ich mehrmals die woche das war es für retro in ausgabe 1 episode 3 bis dahin kenne deine pixel